Hallo bei support.net surft. Ich möchte euch heute mal eine Webseite zeigen, wo Webaktivisten Street View Bilder von Google zu Panoramabildern zusammensetzen, sogenannten Little Planets. Die Website-Adresse ist ein bisschen kryptisch, ihr findet die aber im Begleittext. Hier sind wir zum Beispiel ganz nahe bei unserem Büro in der Schönhauser Allee in Berlin und man kann also sich sowohl den Effekt auf zwei verschiedene Arten anzeigen lassen und natürlich das Bild auch auf Bildschirmgröße vergrößern. Das erbaut ist in diesem Fall nicht so besonders interessant. Gehen wir doch noch mal rüber zum Brandenburger Tor. B2 heißt das glaube ich in Berlin. Ne, da haben sie tatsächlich noch mal einen neuen Namen. Aber wie ihr seht, das ist also hier ein ganz großer Spaß und man kann damit bestimmt den ein oder anderen virtuellen Rundgang in der Welt machen und wird immer wieder auf neue Bilder kommen. Es funktioniert also überall dort, wo Google Street View aktiv ist. Ihr seht überall, wo hier blaue Sachen ankommen, funktioniert das und hier zum Beispiel der Reklame-Ballon von der Welt. Und es sind ja mittlerweile schon eine ganze Menge Städte auf der Welt durch Street View erschlossen. Probiert es einfach mal aus. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Supportnet Surft.